Der KGL empfiehlt fünf KMU-geprüfte Persönlichkeiten für die Regierungsratswahlen vom 2. April. Zusammen bilden sie ein wirtschaftsfreundliches Team, das ausgewogen ist in Bezug auf Geschlecht, Alter, Stadt, Land, Regionalität und Profil. Porträste der einzelnen Kandidierenden finden Sie unter www.kmu-geprüft.kgl.ch Für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Kanton mit sicheren Arbeitsplätzen verwendet Sie darum unsere unveränderte Regierungsratsliste KMU-geprüft.